Aber die spannende Frage, du hast es ja schon angedeutet, ist, was wird daraus? Was steht da letztlich drin? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, und das mag aber, das ist eine Mutmaßung von mir, vielleicht wisst ihr da mehr, dass ein Grund, warum das so lange dauert, warum da nichts passiert, der ist, dass sich da die verschiedenen Beteiligten eigentlich überhaupt nicht einig sind. Reguliert der Markt das nicht eigentlich? Also das Interessante, was wir an dieser Stelle und über die ganzen Punkte, die wir Kai aus fachlicher Sicht und aus Erfahrungspflicht, also Sicht würde ich dir da zustimmen, aber wir stilisieren diese Branche zu einem Phänomen hoch, zu einem Wirtschaftszweig, wo von vornherein gesagt wird, da finden die Ansätze, die Ideen, die Konzepte und die Umsetzung einer freien Marktwirtschaft nicht statt. Der Kunde muss gezwungen werden, wie er etwas einkauft. Und ich glaube, wir werden auch weiterhin eben Ereignisse bekommen, die den Staat dazu motivieren werden und sei es nur eine politische Motivation, wo man dann sagt, okay, jetzt müssen wir aufgrund dieses Skandals oder dieses Ereignisses, seien es Flüchtlinge, die misshandelt wurden, gefoltert wurden oder seien es irgendwelche islamistischen Extremisten, die in Fußballstadien arbeiten oder seien es irgendwelche, ich sag mal, vorbestraften Neonazis, die Sicherheitsfirmen betreiben und dann ein Konzentrationslager bewachen. Und wir haben ja, es gibt bei uns gar nichts, was es nicht gibt. Das muss man einfach erst mal so sagen. Und ich glaube, der Staat ist in erster Linie in dieser Verantwortung, die Spielregeln zu definieren und seine Hausaufgaben im Zug auf die Überwachung zu machen. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Herzlich willkommen zu diesem ja doch neuen Format in dieser Runde. Wir haben uns heute was ausgedacht und deshalb freue ich mich, dass ich hier zwei Korrifäen auf ihrem Gebiet begrüßen darf und dann schaue ich einmal in den Westen der Republik zum Kai Deliomini. Guten Abend, Kai. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Und dann gucke ich ein paar Meter weiter nach Berlin und schaue in Richtung Dr. Florian Flörsheimer. Hallo, Florian. Hallo. Ja, freut mich auch hier zu sein. Wir haben überlegt, brauchen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Ich würde soweit sagen, wer den Kai nicht kennt, der hat keine Qualifikation in dieser Branche, weil an dem Kai, an dem Bollwerk der Aus- und Fortbildung kommt man nicht vorbei. Und genauso kann ich sagen, wer den Florian nicht kennt und mich als Florian nicht kennt, der hat einen, glaube ich, ziemlich guten Podcast verpasst. Von daher sparen wir uns das an dieser Stelle. Und wollen heute mal tatsächlich über das Sicherheitsgewerbegesetz sprechen. Ein Thema, was tatsächlich in aller Munde irgendwie in dieser Branche ist. Keiner weiß so ganz genau, was wird da auf uns zukommen. Ich habe gestern Abend tatsächlich nochmal mit jemandem telefoniert, der sehr gute Kontakte ins Bundesinnenministerium hat, der mir zusicherte, dieser angebliche, mysteriöse Referentenentwurf sei bisher noch nicht viel mehr als eine Überschrift auf einem Blatt Papier. Deshalb wollen wir vielleicht auch so ein bisschen die Chance nehmen, weil wir auch sehen, da der ein oder andere positioniert sich gerade und hat zumindest so die ein oder andere Erwartung, die er oder sie in Richtung dieses Sicherheitsgewerbegesetz richten möchte, beziehungsweise formulieren möchte. Und das wird heute Abend unser Thema sein. Wir werden uns jetzt mal anschauen und gucken, was so die unterschiedlichen Meinungen sind aus der Wissenschaft, mit dem Florian Flörsheimer, aus der Aus- und Fortbildung, mit dem Kai Diomini. Und ich versuche das so ein bisschen vielleicht aus der Beratungsperspektive zu wählen, weil auch dort gab es ja die ein oder andere Vorschlag, auch zumindest vom BDSW in diese Richtung. Bevor wir vielleicht mal mit den Inhalten starten, würde ich mal Kai fragen wollen, brauchen wir denn überhaupt ein neues Sicherheitsgewerbegesetz oder reicht der Paragraph 34a in der Form, die wir heute haben? Nein, der Paragraph 34a oder das Sicherheitsgewerberecht, wie wir das ja nennen können, weil wir ja einmal den Paragraph 34a der Gewerbeordnung haben und dann haben wir noch die Bewachungsverordnung. Die sind hier nicht mehr zeitgemäß, muss man auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass vor ja beinahe drei Jahren ein Zuständigkeitswechsel stattgefunden hat. Das heißt, nicht mehr das Bundeswirtschaftsministerium ist zuständig für das Sicherheitsgewerbe, sondern das Bundesinnenministerium. Und von daher ist der Gesetzgeber in jedem Fall Unterzugzwang und wir können dann an der Stelle eben hoffen, dass die Sicherheitsgewerbe Gesetz kommt, weil damit natürlich auch viele Hoffnungen verbunden sein können und das auch als Chance gesehen werden kann, dass das Gewerbe in irgendeiner Form neu geregelt, neu novelliert wird. Da kann man gespannt sein, aber meiner Meinung nach muss das kommen, ja. Florian, siehst du das ähnlich? Hast du da eine andere Meinung an der Stelle? Eigentlich nein. Also ich sehe auch, dass das wichtig ist, dass da was kommt. Aber die spannende Frage, du hast es ja schon angedeutet, ist, was wird daraus? Was steht da letztlich drin? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung und das mag, aber das ist eine Mutmaßung von mir, vielleicht wisst ihr da mehr, dass ein Grund, warum das so lange dauert, warum da nichts passiert, der ist, dass sich da die verschiedenen Beteiligten eigentlich überhaupt nicht einig sind. und dass jeder so darauf wartet, vielleicht so für seinen Moment, ja, um dann das reinzubringen, was aus einer Perspektive eben da unbedingt rein soll oder eben vielleicht auch nicht rein soll. Also wir haben auf der einen Seite natürlich zum Beispiel den Bundesverband der deutschen Sicherheitswirtschaft, der schon so seine eigenen Ideen hat, der da auch am meisten vorgebrecht ist, auch schon in die Öffentlichkeit, ja auch schon in früheren Legislaturperioden. Dann haben wir auf der anderen Seite jetzt auch, also zum Beispiel die Polizei, sprich die Gewerkschaften oder zumindest eine, die sich da jetzt lange nicht mit beschäftigt hat, ja, aber die natürlich da sofort Gewehr bei Fuß steht, ne, und also in Habachtstellung, was passiert da, da müssen wir ganz gut aufpassen. und, naja, und was die Politik betrifft, die handelt bei solchen Dingen ja auch nach ganz eigenen Maßstäben. Ja, da spielt nicht unbedingt das Interesse des Gewerbes, der Firmen oder vielleicht sogar der Beschäftigten eine Rolle, sondern das wird dann ganz opportunistisch, könnte man fast sagen, ne, dann nach politischen Notwendigkeiten oder eben Opportunitäten entschieden. und es gibt die einzelnen Fraktionen, die sich damit beschäftigen, die Fraktionen des Bundestages, die natürlich auch sozusagen ihre Geschichte in ihrer Positionierung zu dem Gewerbe beispielsweise haben, ja, und also auch aus dieser Geschichte heraus immer ganz unterschiedlich mit der Thematik umgehen oder einen ganz spezifischen Blick darauf haben. Also ich habe ja selber auch jahrelang so die Anfragen, die es im Parlament gegeben hat zu dem Thema Privatisierung von Sicherheit, privates Sicherheitsgewerbe gesehen und da ist ja lange erstmal nichts passiert. Oder das war, sagen wir mal, immer ein sehr großes Misstrauen, eine sehr große Skepsis, ja, und das hat der Bundesverband, denke ich mal, versucht auch aufzubrechen, auch mit durchaus Erfolg, ja, aber der ist vielleicht dann auch nur erstmal auf so einer lektorischen Ebene oder auf so einer allgemeinpolitischen Ebene. Also da ist ja, wenn wir uns genau jetzt die Gesetze anschauen, da ist schon ein bisschen was passiert und ihr beide wisst es ja auch genau und könnt das sicherlich auch noch etwas präziser darstellen, den Ablauf. Aber heute stellt sich eben die Frage, was wäre die neue Qualität von so einem Gesetz? Wäre das ein Gesetz, das der Branche mehr Möglichkeiten eröffnet oder wäre das ein Gesetz, das da vielleicht eher mehr Einschränkungen beinhaltet? Das wäre meine Frage, die ich nochmal an Kai weitergeben würde, weil Kai, du hattest gerade eben gesagt, wir brauchen ein neues Gesetz, wir brauchen neue Regularien. Was erhoffst du dir oder was erwartest du von diesen neuen Regularien? Eine gute Frage, weil ich glaube, wenn wir über das Sicherheitsgewerbegesetz nachdenken oder wenn wir darüber sprechen, dann muss man sagen, wir sprechen eigentlich über drei Dimensionen. einmal die Dimensionen, die das widerspiegelt, was ich gerade eben angedeutet habe, nämlich, dass damit eine gewisse Hoffnung verbunden ist, also dass wir sagen, es gibt gewisse Erfordernisse, über die werden wir ja wahrscheinlich gleich noch sprechen, das, was passieren muss im Sicherheitsgewerbe in vielerlei Richtungen, was mit Qualität zu tun hat beispielsweise und was eben nur der Staat regeln kann und auch regeln muss und damit eben verbunden die Chance, auch Dinge neu zu regeln, neu zu novellieren, besser zu novellieren, wie sie bisher novelliert waren oder wie sie bisher geregelt waren. So, die zweite Dimension ist aber die der eigenen Erwartung, also das, was man selber erwartet, was dann am Ende vielleicht drinsteht. Ja, und die dritte Dimension ist das, was tatsächlich dann drinstehen wird. Also man muss, ich glaube, das ein bisschen unterscheiden. Ich würde natürlich gerne heute besonders darüber sprechen, was sollte eigentlich drinstehen, damit sich was ändert, weil das ist so der Blick nach vorne, selbst wenn es dann eben vielleicht nicht so kommt, weil meine Erwartungen sind ehrlich gesagt sehr gedämpft. Also ich erwarte so ein bisschen alten Wein aus neuen Schläuchen. Also wenn es dann Sicherheitsgewerbegesetz heißt und wir im Wesentlichen das finden, was wir heute in Paragraph 34a der Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung finden, würde mich das nicht wundern. Das wäre natürlich eher nicht so gut, aber grundsätzlich ist es eben so, dass ich denke, es gibt Erfordernisse und die Erfordernisse liegen eben darin, begründet, dass es im Sicherheitsgewerbe vieles gibt, was man so eigentlich nicht verantworten kann und was immer wieder, da brauchen wir uns nur die Schlagzeilen anschauen, da müssen wir nur einfach mal die Google-Suche, uns der Google-Suche bedienen, mal Sicherheitsdienst eingeben und dann mal die Schlagzeilen durchscrollen, dann sehen wir, dass es immer wieder Ereignisse gibt, es gibt Schadensereignisse, Menschen kommen zu Schaden, es gibt Schäden an Eigentum, Schäden an Vermögen, es gibt Kriminalität im Gewerbe, es gibt ganz viele, ich sage mal, ganz viele Dinge, um die man sich kümmern muss im Sicherheitsgewerbe, weil eben das Sicherheitsgewerbe als Gewerbe für Schutz und Sicherheit sorgen sollte und daher eine besondere Verantwortung hat für das, was man dort gewerbsmäßig tut und das muss meiner Meinung nach vom Staat, also vom Gesetzgeber besser geredet werden. Wo ich mich halt tatsächlich frage, wo ich halt jetzt die Herausforderung sehe, wir haben ja, Florian, du hattest es glaube ich angesprochen, wir hatten ja diverse Novellierungen in dem Paragraf 34a und der Bewachungsverordnung in den letzten Jahren, kann man sogar noch sagen, genau mit dieser Zählstellung, Kai, die du gerade eben angesprochen hast, da ging es um Qualität, da ging es um das Thema Zuverlässigkeit. Womit ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, ist, wenn ich das als Basis für ein neues Gesetz nehme, wenn ich dann sage, naja, wir haben jetzt ein Problem und brauchen dafür ein neues Gesetz, wenn, und das ist glaube ich die größte Herausforderung, die ich an dieser Stelle sehe, wenn praktisch das Gesetz, das wir in dieser heutigen Form haben, gar nicht zur Anwendung kommt, in Teilen zur Anwendung kommt, nämlich vor allem da, wenn es um Kontrollmechanismen geht und da sehe ich so ein bisschen die Herausforderung, Kai, du hast es ja in unserem letzten Gespräch auch gesagt gehabt, du bist in den letzten Jahrzehnten nicht ein einziges Mal kontrolliert worden. Nicht einmal, in drei Jahrzehnten, genau. Das sind natürlich Themen, natürlich kann ich jetzt nochmal die Latte etwas höher legen und kann sagen, okay, wir machen jetzt noch strengere Zugangsvoraussetzungen, wenn am Ende des Tages da dieser Kontrolldruck gar nicht dahinter steht, dann wäre für mich so ein neues Sicherheitsgewerbegesetz, wenn das die Basis oder das das Thema wäre, warum ich überhaupt eine neue Gesetzesgrundlage brauche, würde für mich jetzt schon irgendwie ad absurdum geführt werden. Ich weiß nicht, wie ist es? ist das ein Thema, was anders berücksichtigt werden müsste? Da möchte ich direkt was zu sagen. Also ich glaube, wir müssen eine Sache unterscheiden. Ich würde das eine mal als Spielregeln bezeichnen. Das ist natürlich ein bisschen salopp jetzt formuliert, aber das, was wir eben im Sicherheitsgewerberecht heute haben oder vielleicht auch im Sicherheitsgewerbegesetz oder vielleicht wird es auch am Ende nur eine Verordnung, wir wissen es ja nicht so genau, was da drin steht. Das sind die Spielregeln und das andere und da ist ja auch ein sehr großes Defizit einfach zu finden, das andere sind eben die Hausaufgaben des Staates, die er hat, zum Beispiel in puncto Gewerbeüberwachung. Also natürlich und das wird ja schon seit Jahrzehnten im Grunde genommen bemängelt, dass wir Regelungen haben, die eigentlich proaktiv von den Behörden gar nicht überwacht werden. Also von einzelnen Ereignissen, vielleicht mal abgesehen, Fußballstadien etc. oder dort, wo es mal zu Skandalen kommt. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass das nicht aktiv verfolgt wird. Auch die Nutzung des Bewacherregisters sei da genannt. Das gesamte Bewacherregister, eine riesen Investition, die ja auch erst überhaupt nicht funktioniert seit jahrelangen, die heute mehr oder weniger funktioniert und jetzt ja auch wieder einen Zuständigkeitswechsel erlebt und so weiter. Das gesamte Bewacherregister, was ja von der Grundidee wirklich ein gutes Instrument sein kann, ist ja bis heute als Instrument noch gar nicht genutzt worden. Im Grunde genommen hat man nur die Anmeldung oder Abmeldung oder Ummeldung von Sicherheitspersonal oder Sicherheitsunternehmen digitalisiert. Man hat auch von Entbürokratisierung gesprochen, was eigentlich lachhaft ist. Dazu möchte ich später gerne nochmal was sagen. Aber hier hat man eben gesagt, okay, das soll ein Instrument werden. Das konnte man sogar in den ersten Referentenentwürfen lesen. Also wozu das dann genau genutzt wird, nämlich, dass dann eben Sachbearbeiter der Ordnungsbehörden mit Tablets, so hat man es lesen können, quasi rausgehen und Sicherheitskräfte vor Ort kontrollieren und direkt gucken können, ist die Sicherheitskraft für diese Tätigkeit qualifiziert. Also die Grundidee ist gut. Wiefern wurde das heute dafür genutzt? Ja, so gut wie gar nicht. Das ist eben also das eine. Aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Dimensionen. Ich denke trotzdem, auch wenn man heute sagt, Schwäche ist die Überprüfung, die Überwachung, darf man dennoch nicht sagen, ja gut, dann brauchen wir auch gar keine neuen Regeln, weil erstmal müssen überhaupt die alten Regeln vielleicht überwacht werden, weil es doch auch in dem Paragraph 34a der Gewerbeordnung viel Verbesserungsbedarf gibt. Vielleicht sprechen wir über das eine oder andere gleich. Ja, wir wollen wir gleich. Ich würde nochmal eine Frage in Richtung Florian stellen wollen, als Soziologe und Politikwissenschaftler. es gibt ja, oder ich würde zumindest die These aufstellen, warum wir kein Sicherheitsgewerbegesetz haben, liegt primär auch daran, dass wir eine EU-Kritis-Verordnung haben, die bis zum nächsten Jahr in nationales Recht umgewandelt werden muss. Und wenn man sich jetzt das Kritis-Dachgesetz anguckt, dann hat Frau Faeser als Bundesinnenministerin die EU-Richtlinie in den wichtigsten Punkten abgeschrieben, ohne eigene nationale Ideen dort mit einzubringen. Und es gibt Stimmen, die sagen, dieses Thema wird deshalb daran scheitern, weil wir in Deutschland auf Bundesebene keine Behörde finden, wie beispielsweise in den USA, die zwar nicht unter die EU-Kritis-Verordnung, aber zumindest sehr ähnliche Gesetzgebungen haben, mit dem FBI, einer Ermittlungs- und Bundesbehörde haben, die über alle Staaten hinweg diese Aufgabe durchführen kann. Bei uns wäre das ja im Wesentlichen wahrscheinlich die Bundespolizei, vielleicht das BKA, aber beides Behörden, die heute schon Aufgaben haben, zusätzliche Aufgaben haben, die das limitieren und auch in Frage stellen möglicherweise, ob das eine Zuständigkeit ihrer Behörde werden kann. Und jetzt hätten wir ein Sicherheitsgewerbegesetz, in welcher Form auch immer, das dann möglicherweise ja im Bundesrecht und vielleicht auch nicht mehr delegiert werden könnte, in die Länder hinein, weil es eben nicht diese lokalen Gewerbeaufsichtsämter mehr gibt zur lokalen oder kommunalen Umsetzung. Glaubst du, dass das ein Thema ist, was damit reinspielt? Oder ergänzend gefragt, wer könnte denn die Überwachung in Zukunft übernehmen? Also zuerst möchte ich dazu sagen, dass ich glaube, das hat sehr viele weite zurückliegende Gründe als jetzt dieses Kritisgesetz. Man darf zwei Dinge vielleicht nicht vergessen. Zum einen, das Ressort, das vorher dafür zuständig war, das Wirtschaftsministerium. Das Bewachungsgewerbe unter den Auspizien, nicht nur jetzt einfach das Wirtschaftsressort, sondern eines in Deutschland sehr liberalen Wirtschaftsressorts, wo es immer so gehandhabt wurde über Jahrzehnte. das ist ein freies Gewerbe, da mischen wir uns nicht ein. Was vielleicht in frühen Jahrzehnten auch noch viel problemlos war, weil das Gewerbe einfach nicht so groß war. Noch nicht so eine Rolle spielt die wie heute. Dann, glaube ich, sollten wir uns trotzdem auch die Historie vergegenwärtigen, wer kam denn wann überhaupt auf die Idee, dass es so einen Ressortwechsel geben muss. Und womit hat der zu tun? Der hat viel damit zu tun, dass die Branche, der Lobbyverband, der Große vor allem, sich damit ein Imagegewinn erhoffte. Vor allem. Das war nicht das Interesse der Politik zuerst, dass die der Meinung war, ja, oder sagen wir mal von Sicherheitspolitikern oder der Polizei, dass es dahin gehört. Überhaupt nicht. Das hat man nur irgendwann akzeptiert, weil da eben viel Druck gemacht wurde, dass es besser sei. Und ich glaube, das ist erstmal relevant, also die Politik, es ist sehr schwierig, so von der Politik zu sprechen, aber jetzt die Exekutive und die Legislative, die haben sich lange für dieses Thema überhaupt nicht interessiert, bestenfalls eben dann, wo es in die Öffentlichkeit fragte, weil in der Öffentlichkeit Thema wurde wegen Skandalen zum Beispiel. Sonst war das eher so ein Thema und der Ferne lief. oder man hat es bestenfalls noch vielleicht so aus arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten betrachtet als so das letzte Ressort für Leute, die man auffangen kann. Und auch wenn, ich glaube, wir müssen, weil wir uns viel damit beschäftigen, dürfen wir dann auch nicht den Blick dafür verlieren, dass dieses Image heute immer noch existiert in breiten Teilen der Öffentlichkeit. Natürlich. Genau. Und das wirkt, und das interessiert die Politik mehr als das, was wir hier als Experten oder Kenner irgendwie darüber denken. Ich würde natürlich, aber jetzt zu deiner Frage nochmal zurück, den letzten Teil, ich wäre ja auch dafür, dass es da eine bessere Kontrolle gibt, dass eine Bundesbehörde da ausgestattet wird. Und ich würde mal so sagen, das hört sich jetzt sozusagen widersprüchlich an oder es könnte mir doch nicht im Interesse des Gewerbes sein, aber würde man das der Polizei anbieten, die würden das, glaube ich, sehr gerne machen. Was im Übrigen, ja, genau. Da möchte ich was sagen, wenn ich darf. Was im Übrigen interessant ist, weil den Gedanken, den hatte ich schon sehr lange, im Grunde genommen seitdem feststand, dass es diesen Zuständigkeitswechsel gab. auch wenn ich da, wenn mich das Gefühl nicht loslässt, dass man sich da so ein bisschen verrannt hat und das gar nicht so richtig zu Ende gedacht hat, das ist so das Gefühl, was bei mir zumindest da so mit einhergeht. Aber hier, die Einbindung der Polizeibehörden in irgendeiner Form, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht und ich weiß, das ist ja auch schwierig, aber die Einbindung der Polizeibehörden wirklich auch in die Gewerbeüberwachung wäre ja im Grunde genommen sogar ein ganz wichtiger Faktor, den man zumindest diskutieren müsste, weil das ja genau eine der Defizite ist, die wir vorhin besprochen haben, nämlich die Überwachung an sich und diese Überwachung können die Ordnungsbehörden so nicht leisten. Und damit hat man ja, das muss ich jetzt ganz kurz noch erwähnen, weil ich finde, das ist eine der schlimmsten Auswirkungen der letzten Novellierung des Paragraf 34a, dass man im Grunde genommen ja die örtliche Zuständigkeit verändert hat und während es vor der letzten Novellierung eben so war, also vor 2016, wenn ich mich nicht täusche, dass hier immer die Ordnungsbehörden zuständig waren am Standort des Unternehmens für alle Mitarbeitenden des Unternehmens, war es dann nach der letzten Novellierung so, also da sprechen wir über 300 Ordnungsbehörden ungefähr vorher, 250 bis 300 und nach der letzten Novellierung waren plötzlich 2500 Ordnungsbehörden zuständig, weil man hat in die örtliche Zuständigkeit einfach reingeschrieben, jetzt sind eben die Ordnungsbehörden am Wohnsitz des einzelnen Mitarbeitenden zuständig für die Zuverlässigkeitsüberprüfung beispielsweise dieses Mitarbeitenden, auch für die automatische alle fünf Jahre wiederkehrende Zuverlässigkeitsüberprüfung, also man hat aus 300 Behörden hat man, also 300 Ämter hat man 2500 Ämter gemacht und spricht dann von Entbürokratisierung, also das ist etwas, das ist unglaublich, also das hat ja auch nichts mit Zentralisierung zu tun und ich finde das zum Beispiel gehört zu den wichtigsten Schritten oder auch Chancen, wo man dann vielleicht beim Sicherheitsgewerbegesetz doch erkennen kann, weniger ist doch mehr, also was nur eine Behörde leisten kann, das mag ich zu bezweifeln, aber wir sprechen ja auch über das, was könnte passieren oder was würde etwas verbessern und ich finde, das würde etwas verbessern, das muss ich jetzt gerade noch anfügen. Ich würde einen Punkt auch kurz aufnehmen vor dem Hintergrund, wir haben ja, ich weiß jetzt nicht, ob das die einzige Gewerbeaufsicht ist, die heute schon polizeilich angegliedert ist, aber zumindestens in Berlin haben wir es mit dem Landeskriminalamt und der Abteilung Wirtschaftskriminalität, ich weiß gar nicht, 33 oder 44 irgendwie so in dem Bereich ist ja auch 33 und 33 das Problem ist einfach auch dort, also A, ich finde, ich spreche das schon mal Bände, wenn ich im Bereich der Wirtschaftskriminalität, Spielcasinos, Spielotheken etc. angegliedert bin als Sicherheitsgewerbe, ich glaube, das erzählt zumindestens in Berlin ziemlich viel über die Historie und auch die Probleme, die man auf Landesebene gesehen hat, warum dann vielleicht die Verknüpfung mit den Landeskriminalämtern dort eine Relevanz spielt. Übrigens ganz interessant, wir haben ja eine doppelte Zweiteilung, wir haben die Bezirksämter als Gewerbeämter in Berlin, die die Anmeldung und Überprüfung machen, aber die Gewerbeaufsicht dann am Ende des Tages das LKA durchführt. Kleine Ergänzung, die Sicherheitsüberprüfung macht das Landes, also das Referat für Verfassungsschutz im Innensenat. Also von daher vielleicht auch wieder dieses Thema, was du vorhin gesagt hast, Kai, dieses, welche Idee steckt dahinter und habe ich mir dieses ganze Bild ausgemalt, worauf ich jetzt hier gerade nur mit dieser kurzen Anmerkung raus wollte, war eigentlich dieses Thema, dass auch hier wir wieder gut gedacht, aber schlecht umgesetzt haben. Wenn ich da eine kleine Handvoll an Menschen zu sitzen habe, die in Berlin roundabout 3000 Sicherheitsmitarbeiter, glaube ich, sind das irgendwie in dem Bereich überwachen sollen, dann munkelt man an dieser Stelle tatsächlich, naja, wenn sie dann mal Kontrollgänge machen können neben den anderen Tätigkeiten, wo wir ja dann so eine Politik auch der Spitzen gegen Clankriminalität und Spielotheküberwachung und sowas haben, dann sind sie halt dort, wo sie sowieso im öffentlichen Raum Kräfte antreffen und dann bist du relativ schnell hier bei den Berliner Verkehrsbetrieben bei der Deutschen Bahn oder DB Sicherheit, vielleicht mal eine Veranstaltung, Silvesterparty am Brandenburger Tor, dann kann ich dann danach auch gleich mitfeiern, wenn ich die, die nicht dazugehören habe, rausgeschmissen habe, aber am Ende des Tages ist das ein Thema, was ich glaube, zum Schluss auf die Fragestellung der Ressourcen hinauskommt, wobei ich vielleicht, nachdem Florian nochmal seine Anmerkung gemacht hat, dieses Kapitel mal schließen wollen würde und dann mal vielleicht in die Details reingehen würde mit der konkreten Fragestellung, was sollte denn zumindestens nach unseren Vorstellungen da drinstehen? Also jetzt mal ins Allgemeine, nicht nur, was jetzt die Kontrollen betrifft. Genau. Ja, wo wollen wir anfangen? Wo wollen wir anfangen? Also wo fangen wir an? Also ein Thema wäre ja sicherlich Qualifikation, Ausbildung. Ja, natürlich. Ja, also klar, daran führt kein Weg vorbei. Wo kann man da ansetzen, was müsste in so ein Gesetz dann rein als ergänzende Maßnahmen, wir wollen ja auch nach vorne gucken, zu den bestehenden? Ich glaube, ja, Qualifikation sage ich gerne gleich was zu. Natürlich, wir haben ja so eine Bildungspyramide, nenne ich das jetzt mal, die meisten werden wissen, was ich meine. Wir haben eben so Zulassungs- oder Zugangsvoraussetzungen werden die ja genannt, also das, was in Paragraph 34a vorrangig eben geregelt ist, die IHK-Sachkundeprüfung, IHK-Unterrichtung. Dann haben wir auch Berufsprüfungen auf unterschiedlichem Niveau. Aber ich glaube, man muss noch über eine andere Sache auch sprechen, vorher noch, zum Beispiel, dass wir ja auch Defizite haben und das sollte in so einem Sicherheitsgewehrgesetz auf jeden Fall auch klarer definiert werden, zum Beispiel die Bewachungstätigkeit an sich, weil hier ja auch über die Jahre immer wieder auch irgendwelche Schlupflöcher entstanden sind oder auch gemacht wurden, vom Markt auch gemacht wurden, weil man da einfach so diese sogenannte aktive Obhutstätigkeit so ein bisschen, da hat man so ein bisschen Ermessensspielraum für sich eingebaut und gesagt, okay, wenn dann während einer Pandemie Leute vor Lebensmittelmärkten stehen, dann ist das plötzlich auf einmal keine Bewachungstätigkeit mehr oder der berühmte Veranstaltungsordnungsdienst, der da genannt sei, wo wir ja auch, ich kann die Zahl nur schätzen, aber es sind eben sehr, sehr viele, es sind sehr, sehr viele Mitarbeitende, über die wir da sprechen, die eben in großen Veranstaltungsstadiums, in Stadien, in Arenen und so weiter eingesetzt werden und die überhaupt keine Qualifikation haben nach Paragraph 34a der Gewerbeordnung, weil man die einfach deklariert als Veranstaltungsordnungsdienst, weil man sagt, die bewachen ja nichts. Also die machen dann nur vielleicht eine Kartenkontrolle oder so und das ist natürlich auch nicht richtig, also ich finde, man muss auch im Sicherheitsgewerbegesetz eine klarere Definition Regelung finden, natürlich die Regelung wird ja meist eher durch die Rechtsprechung dann gefunden oder durch irgendwelche Vorschriften, die dann dahinter geschaltet sind, wo das dann eher erläutert wird, was damit gemeint ist, aber ich finde auch, das gehört eben dazu und wenn wir dann in diese Tätigkeiten gehen und da können wir eben nicht alles in einen Topf werfen. Auf der einen Seite würde ich das schon wollen, wenn ich gefragt werde, welche Qualifikation oder welche Grundvoraussetzungen sollten Sicherheitskräfte denn mitbringen, dann würde ich sagen, ja, also grundsätzlich, das wäre ein Wunsch, der ist aber, glaube ich, fernab der Realität von dem, was wir da sehen werden, wäre eine Schulungspflicht, das heißt, jeder, der im Sicherheitsgewerbe heute anfängt und wir haben einfach eine Masse, einen Quereinsteiger und im Grunde genommen haben wir ja nur Quereinsteiger im Sicherheitsgewerbe, so gut wie nur Quereinsteiger, maximal 10% machen eine Berufsausbildung und bleiben dann eben im Gewerbe. So, das heißt, 90% Quereinsteiger, die kommen aus anderen Berufen, die haben keine Ahnung davon, wie man für Schutz und Sicherheit professionell sorgt und die müssen eigentlich geschult werden und so eine Schulungsvorgabe, so eine Schulungspflicht haben wir ja gar nicht und dann gehört auch eine Sachkundeprüfung dazu. Also, wenn ich heute gefragt werde, kurze Antwort, was ist die Mindestvoraussetzung, die eigentlich Sicherheitskräfte heute haben müssen, egal in welchem Tätigkeitsbereich, über die Tätigkeitsbereiche können wir gleich noch sprechen, die sind natürlich auch sehr vielfältig, egal in welchem Tätigkeitsbereich wäre das meiner Meinung nach eine Unterrichtung, also eine zwingende Unterrichtung, Schulung und dann auch das Ablegen einer Sachkundeprüfung. Also, das wäre eigentlich das Mindestmaß für Sicherheitskräfte und für bestimmte Tätigkeiten, Objektschutzaufgaben, Veranstaltungsschutzaufgaben mit erhöhtem Sicherheitsrisiko, öffentlicher Personennahverkehr, Bewachung von Flüchtlingsunterkünften und so weiter, wo wir eben auch in diese konfliktrechtigen Bereiche kommen, wo es einfach wirklich kritisch wird. Ich finde, da muss man einfach auch Berufsprüfungen, ich sage das mal ganz allgemein, also die sogenannte GSSK-Prüfung als Quereinstiegsprüfung oder auch die Servicekräfte, Fachkräfte für Schutz und Sicherheit, Meister für Schutz und Sicherheit, sollte man hier eigentlich als Minimum definieren. Aber ich weiß, wie unrealistisch das ist, was ich jetzt sage. Ich sage nur, das sollte man machen und zwar in Anbetracht der Verantwortung, die Sicherheitskräfte in diesen Tätigkeitsbereichen tragen. Also ich stimme dir da voll zu, ich sehe das genauso. Ich hätte da zwei spezielle Fragen auch an euch beide. Erstens, also wenn so eine Unterrichtung mit einer Prüfung oder Basisschulung oder wie man das dann nennt, wie lange muss die gehen, eurer Meinung nach, damit es auch entsprechend dann auch gelernt wird, was gelernt werden sollte und was gehört da eigentlich rein? Also muss das eigentlich, ich habe mit Florian auch schon mal darüber gesprochen, was da eigentlich inhaltlich vielleicht reformiert gehört. Welche Schulungsinhalte sollte das beinhalten? Wo muss man dann vielleicht etwas ergänzen oder Abstriche machen? Wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen, dass uns die jetzige Schulung da doch sehr, oder auch die Inhalte der Sachkundeprüfung doch sehr theorielastig vorkommen. Und viel zu wenig Praxis. Man hat immer das Gefühl, der Praxisanteil kommt erst dann, wenn die Leute ihre Zusatzqualifikation machen müssen. Ich würde gerne noch mal, also um auf deine Frage zu antworten, Florian, ich würde einen Schritt zurück gehen und würde mal das Thema Eignungsprüfung vor einer Schulungsmaßnahme in den Raum stellen. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ich erlebe das bei meinen Schulungen, die wir halten, immer regelmäßig in, eigentlich kann man konstant sagen, drei Richtungen. Die eine Richtung ist, ich unterrichte liebend gerne Gewerberecht, weil ich dann immer einen Teilnehmer habe, der dann ganz hektisch anfängt in seinem Rucksack zu kramen, dann sein Führungszeugnis rausholt, das oftmals so dick ist wie Kais Bücher und dann fragt, darf ich denn damit überhaupt jetzt noch in der Sicherheitsbranche arbeiten? Und dann extrem nervös wird. Das ist so dieser erste Zweig. Der zweite Zweig, den ich gerade sehr aktuell erlebe bei einer Schulungsmaßnahme, die wir betreuen, ist das Thema Drogenkonsum. Mit wirklich Teilnehmern, die, ich sag mal, im Bereich auch der klinischen Psychiatrie, Betreuung etc. unterwegs sind. Das dritte Thema, was ich immer wieder erlebe, ist das Thema, vor allem wenn wir im Osten von Brandenburg unterrichten und wir da Teilnehmer haben, die, wenn sie die AfD wählen, wahrscheinlich unter den Teilnehmern als Linksextremisten gelten würden. Und die sitzen dann nachher in der Schulung, in diesem Kurs, machen die Sachkundeprüfung, haben sich vielleicht allesamt im Rahmen der heutigen Regelung der Zuverlässigkeitsüberprüfung mal von denjenigen mit den bibeldicken Führungszeugnissen ausgeschlossen, aber haben sich vielleicht bisher gar nichts zu Schulden kommen lassen. Und das sind dann diejenigen, die dann in diese Prüfung reingehen sollen und dann, wie auch immer diese Prüfung aussehen mag, dann im späteren Zeitpunkt die tatsächlich dann für, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was soll denn der Zweck sein, heute sagen wir, gewerbsmäßiges Bewachen von Leben und Eigentum von Dritten. Diese Tätigkeit durchführen. Und da kommt eigentlich noch ein vierter Schrank, da sind wir bei Sprache und dann sind wir bei Lernwilligkeit. Also eigentlich könnten wir Stränge aufbauen bis zum Gehtnichtmehr. Und die sitzen dann alle in den Kursen drin und sollen es dann nachher machen. Von daher wäre so, dieses Thema Eignung, ist jemand überhaupt geeignet für diesen Beruf aus den unterschiedlichsten Facetten heraus, wäre für mich der erste Schritt. Aber korrigiert mich gerne oder Kai ergänzt mit deinen Erfahrungen, die du aus deinem Gefühl hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Erstmal teile ich diese Erfahrung mit Teilnehmern von, ich sag mal, solchen Maßnahmen und von, ich sag mal, von diesen Kursen, die es da gibt. auch einer der Gründe, warum ich mich da irgendwann mal rausgezogen habe, weil das ist natürlich auch schwierig. Ich glaube, das ist rechtlich auch wirklich nicht lösbar, weil wir haben ja jetzt hier auf der einen Seite die prüfende Stelle, die Industrie- und Handelskammern. Und auch da gab es ja vom BDSW immer mal wieder den Versuch oder das ist ja ein anhaltender Versuch, hier auch die sogenannten Sicherheitsfachschulen des BDSW natürlich, die Anerkannten dort irgendwie zu den IHKern dazuzuschalten und die auch als zuständige Stellen da unterrichten zu lassen oder vielleicht sogar irgendwann die Sachkundeprüfung abnehmen zu lassen, wovon ich ein großer Gegner bin. Aber auf jeden Fall, die Industrie- und Handelskammern sind hier zuständig. Und man wird es natürlich schwierig schaffen, weil bevor die Menschen also im Gewerbe arbeiten dürfen, und das steht ja klar im Gewerberecht auch drin und das wird auch oftmals bestimmt missachtet, also bevor die ihren ersten Dienst machen dürfen, als Wachmann, als Wachfrau müssen die ja qualifiziert sein. Das heißt, die müssen ja mindestens die IHK-Unterrichtung oder die Sachkundeprüfung eben absolviert haben und dann erst folgt die Zuverlässigkeitsprüfung. Natürlich wäre es irgendwie sinnvoll, wenn diese Zuverlässigkeitsprüfung vor einer solchen Bildungsmaßnahme in irgendeiner Form stattfindet. Ist aber, glaube ich, nicht abbildbar. Also das ist das eine, was ich sagen möchte. Ich glaube, das ist eben auch schwierig, weil derjenige ja dann noch gar nicht im Gewerbe arbeitet. Der soll ja erst qualifiziert werden und wenn man dann so die Abbruchquoten kennt vieler Lehrgänge und dann macht das wahrscheinlich auch nicht wirklich viel Sinn und ich glaube, das lässt sich auch irgendwie nicht so wirklich umsetzen. Die Eignungsprüfung findet ja heute eigentlich durch die Unternehmen statt, die eben keine Eignungsprüfung machen und die meisten wollen auch keine haben. Warum nicht? Ja, weil wir haben ja in unserer Branche keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Einsatzkräftemangel. Da braucht man die für die einfachsten Tätigkeiten findet man ja gar keine zuverlässigen Einsatzkräfte. Das heißt, der Erste, der sich irgendwie als qualifiziert herausstellt, weil er so einen IHK-Nachweis hat über die Unterrichtung beispielsweise, der wird natürlich dann auch direkt eingestellt. Und man sagt, der ist qualifiziert, den kann ich nehmen. Also den darf ich beschäftigen. Da wird oftmals auch gar nicht danach geguckt, ob der das auch wirklich kann und ob man dem das zutraut, ob der zum Beispiel die Deutschkenntnisse hat, die man haben sollte, ob der, du hattest ja vorhin noch von charakterlicher Eignung sogar gesprochen, wird es noch komplizierter, ob der gewisse charakterliche Eignung mitbringt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schwierig zu lösen, aber es ist ein Paket an vielfältigen Maßnahmen, was am Ende dafür sorgen sollte, dass sowohl der Unternehmer darauf guckt, wen er da einstellt, als auch der Staat, der eben diese Hürden hochsetzt. Also die Hürden müssen hochgesetzt werden. Nicht nur die Hürden für die Mitarbeitenden, sondern auch für die Unternehmer müssen die Hürden zwingend hochgesetzt werden, weil nun mal jeder mit einer Sachkundeprüfung, für die es keine Schulungspflicht gibt, das muss man mal ganz deutlich sagen. Es gibt eben eine Sachkundeprüfung, auf die kann man sich eigenständig vorbereiten. Das machen auch viele. Manche lernen drei Tage, andere lernen drei Monate. Manche sitzen in Kursen, andere müssen sich das selber beibringen. Da haben wir ja auch die absolute Vielfältigkeit. Aber grundsätzlich gilt ja, jeder Mensch in Deutschland kann sich zu dieser Sachkundeprüfung eben anmelden. Jeden Monat findet die bei den zuständigen Industrie- und Handelskammern statt. Da gibt es auch keine Überprüfung, wer ich bin oder was ich mache oder ob ich vorbestraft bin, sondern da kann ich mich anmelden, da zahle ich die Prüfungsgebühr, dann gehe ich hin und bestehe die Prüfung. Und zwar ohne jede Schulung. Also es ist in keiner Weise sichergestellt, dass die Leute auch von Profis beigebracht bekommen, was man eigentlich so wirklich wissen muss. Vorhin kam ja so dieser Hinweis, was muss man eigentlich erarbeiten? Sind die heutigen Inhalte der Sachkundeprüfung zeitgerecht? Nein, waren sie aber auch noch nie. Waren sie auch noch nie. Also ich sage mal, wir haben natürlich so Themen wie Datenschutz, Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitstechnik, die grundsätzlich erst mal so Sinn machen können. Aber die Schwerpunkte, die sind natürlich schon sehr klar definiert. Aber auch die Sachkundeprüfung selbst bedarf einer Novellierung, meiner Meinung nach. Und ich will nochmal zu der Ursprungsfrage zurück. Wie viel Schulung braucht jemand, der im Sicherheitsgewerbe arbeitet? Und da stapel ich jetzt mal tief, weil wir müssen ja irgendwo auch von dem Stand heute ein bisschen ausgehen. Wenn wir jetzt völlig übertreiben, dann nimmt uns keiner mehr ernst. Und wir haben jetzt eine Unterrichtung, die dauert 40 Stunden. Und früher gab es eine Unterrichtung für Unternehmer. Der eine oder andere erinnert sich daran. Die gingen 80 Stunden. Und da muss ich sagen, das ist mir schon ein bisschen sympathischer, zu sagen, grundsätzlich muss jeder, das wäre ja schon weltenbesser wie heute, ich wiederhole nochmal, wir haben heute ja null Schulungsstunden, Voraussetzungen. Und wenn wir es schaffen würden, dass jeder Sicherheitsmitarbeiter, Mitarbeiterin in Deutschland verpflichtet dazu wäre, bevor der erste Dienst stattfindet, zwei Wochen intensiv durch die Industrie- und Handelskammer beispielsweise eben da geschult worden zu sein. und dann aber auch die Sachkundeprüfung bestehen muss, also beides muss vorliegen, dann muss man sagen, da hat man schon so eine, das ist schon so eine Basis, vielleicht eine Basis. Also von der Basis, glaube ich, kann man anfangen, realistisch zu diskutieren. Und dann, das will ich unbedingt noch sagen, auch eine Fortbildungspflicht. Weil das ist ein riesiges Defizit. Selbst wenn wir in seriösen Unternehmen natürlich in bestimmten Tätigkeiten auch die Qualifikationen alle wiederfinden, die wir da auch wiederfinden müssen, ist es doch so, dass ein riesen Defizit der Unternehmen wirklich die regelmäßige Schulung des Personals ist. Außer man hat Auftraggeber, die darauf achten. Aber wenn man keine Auftraggeber hat, die das in die Verträge schreiben und die das mit Druck durchsetzen, dann machen die Unternehmen das nicht, weil das eben auch Geld kostet. Die können ihr Geld eben leichter verdienen. Also wenn ich mein Geld leichter verdient habe, warum soll ich dann 1.000 Schulungsstunden im Jahr noch extra irgendwie on top Dozenten bezahlen, Schulung organisieren, die Leute fehlen mir im Dienstplan und dann muss ich die womöglich auch noch bezahlen. Also das macht keiner freiwillig. Und so eine Fortbildungspflicht gibt es in Pflegeberufen, die gibt es für Lehrer, die gibt es für, ich glaube sogar Immobilienmakler und natürlich für ganz andere Qualifikationen sowieso, Piloten etc. Aber ich finde, im Sicherheitsgewerbe braucht man diese Fortbildungspflicht. Und auch da wäre ich bescheiden und würde sagen, 16 Stunden im Jahr pro Mitarbeiter, das sind zwei Schulungstage im Jahr und sei es nur die Erste Hilfe, Brandschutzhelfer, Deeskalation, so die üblichen Themen, die man da so haben sollte. Ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung. Also das heißt aber auch, wie du gesagt hast, die Unternehmen in die Pflicht nehmen, also die Sicherheitsunternehmen, aber ein Stück durchgesetzliche Forderungen, durchgesetzliche Forderungen, aber müsste dann nicht auch stehen, dass selbst auch die Kunden in gewisser Weise in die Pflicht genommen werden können, müssten, in einem gewissen Rahmen vielleicht. Ich weiß, das ist auch eine Sache, die sich kaum machen lässt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie das praktisch am besten auszusehen hätte, aber ich meine, da wäre es noch am einfachsten vielleicht beim öffentlichen Sektor, bei den Vergaberechtlinien für den öffentlichen Sektor da. Ich glaube, da wäre es sogar am schwierigsten. Ja, ich muss sagen, genau das, also Vergaberecht, ich glaube, da ist es am besten, aber auch da. Ja, das stimmt, da hast du auch wieder recht. Also das wäre am einfachsten zu machen, aber es wäre am schwierigsten, weil es nicht gewollt wird. So rum. Da will ich aber gleich mal einhaken und jetzt spiele ich mal den FDPler in dieser Runde. Reguliert der Markt das nicht eigentlich? Also das Interessante, was wir an dieser Stelle und über die ganzen Punkte, die wir, Kai, aus fachlicher Sicht und aus Erfahrungspflicht, also Sicht, würde ich dir dazu stimmen, aber wir stilisieren diese Branche zu einem Phänomen hoch, zu einem Wirtschaftszweig, wo von vornherein gesagt wird, da finden die Ansätze, die Ideen, die Konzepte und die Umsetzung einer freien Marktwirtschaft nicht statt. Da kommt das, der Kunde muss gezwungen werden, wie er etwas einkauft. Der Unternehmer, der ein Unternehmen gründen möchte, der braucht sehr, sehr strenge Regularien, Voraussetzungen, um dort hinzugehen. Bei allen anderen Produkten sagen wir, naja, lieber Mensch, lieber mündiger Mensch, du weißt, wenn du dir Fake iPods über Alibaba oder Wish bestellst aus China und nur sieben Euro dafür bezahlst, weißt du, bekommst du eine Biep-Qualität. Wenn du das beim Hersteller selber kaufst, der vielleicht auf Qualitätsstandards setzt, ist jetzt Apple vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber ihr wisst hoffentlich, worauf ich hinaus möchte, der Qualitätsstandard zahlt, der überprüft, wo ich Garantien habe, wo ich vielleicht ein Rückgaberecht habe oder ähnliches, zahle ich zwar mehr, aber ich weiß, dass ich eben ein bestimmtes, ein bestimmtes Maß an Qualität bekomme, die gleichbleibend ist, die messbar ist, die nachvollziehbar ist und die vielleicht auch am Ende des Tages auch einklagbar ist. Nur hier sagen wir plötzlich, ja, warte mal, eigentlich muss der Kunde oder der öffentliche Auftraggeber mündig gemacht werden durch rechtliche Regularien, damit er Qualität beauftragt, aber hat vielleicht am Ende des Tages nicht der Kunde die Qualität verdient, die er beauftragt und wenn das am Ende des Tages so ist, dass 99 Prozent dieser Kunden sagen, wir legen, das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber sagen wir mal 70 Prozent der Kunden sagen, sie legen keinen Wert auf Qualität, sondern sie haben Versicherungsvorgaben, die übrigens auch keinen Wert auf Qualität legen, aber dieses Feld möchte ich heute Abend nicht zwangsläufig aufmachen, aber dann ist es die Entscheidung eines mündigen Menschen, eines mündigen Wirtschaftsteilnehmers, der in allen anderen Entscheidungen, Unternehmensentscheidungen frei, mehr oder weniger frei zu agieren hat, nur in dem Punkt sagen wir, brauchen wir rechtliche Vorschriften. Was ich aber verbinden würde, diese Frage mit einem Vorschlag, weil letztendlich ist das, was du, Kai, gesagt hast, das würde ich gerne auch noch mal ein bisschen enger fassen. Ich glaube, was meine Idee ist und ich bin ein Fan des italienischen Bewachungsrechts, das eigentlich ganz klar sagt, wir schauen uns die Risiken an, die aus dieser Bewachung oder in diesem Bewachungsumfeld entstehen können. Sehr gut. So wie du es vorhin gesagt hast, ÖPNV beispielsweise. Ich würde auch den Veranstaltungsschutz zum Beispiel mit hineinnehmen. Überall das, wo ich sage, da habe ich unbeteiligte Dritte außerhalb von Unternehmen, die geschützt werden müssen auf Basis einer gewissen Gefährdung oder einer Risikoeinschätzung. Da brauche ich ganz klare rechtliche Hürden und Anforderungen und starke Regulierung. Und ganz ehrlich, wenn sich Oma Erna, weil sie Angst hat, einen Wachmann vor die Tür setzen möchte, jede Nacht, dann soll sie das machen. Da brauchen wir keine hohen Anforderungen. Da brauchst du gewisse Regularien, weil wir immer noch über das Rechtsgut leben oder Eigentum schützen, reden. Wobei ich auch dort, und das ist wirklich der letzte Punkt, immer auch noch Limits sehe. Weil wenn du das ganz eng fassen würdest, dann kommst du ja auch an den Punkt, dass du ja möglicherweise auch im ÖPNV bestimmte Themen hast, sei es eine Baustellenbewachung vielleicht im Rahmen des ÖPNV, wo du jemanden brauchst, der zwölf Stunden vielleicht auch vor der Notausgangstür sitzt. Und das dann wieder abzustufen, nachher zu sagen, na ja, das ist dann innerhalb dieses Bereichs die sehr wichtige Tätigkeit, dafür brauche ich die Qualifikation und für diese Tätigkeit wieder brauche ich vielleicht dann nur die Einstiegsqualifikation, um eben die Leute, die wirklich die Ausbildung oder die Quereinsteigerqualifizierung gemacht haben, eben nicht zu verschrecken, weil die ja vielleicht dann möglicherweise auch diesen Beruf für sich gewählt haben. Das stelle ich mir mit diesen Grauzonen, die da möglicherweise wieder entstehen können, wenn wir wirklich über Qualität und Schutz reden wollen, stelle ich mir schon wieder schwierig vor. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ja, wie gerade schon erwähnt, also das ist, glaube ich, der schwierigste Baustein. Also wenn wir über einen Eingriff in diesen freien Markt sprechen, das ist ein ganz schwieriger Baustein, also rechtlicher auch, total problematisch. Also die Verantwortung der Auftraggeber. Wie kann man Auftraggebern, kann man, soll man überhaupt Auftraggebern zum Beispiel die sogenannte Billigvergabe verbieten? Ich glaube, das wird sowieso nicht passieren, weil man dann andere Mittel und Wege vielleicht findet. Also quasi so nach dem Motto, also Best-Bieter-Prinzip, wie man es so nennt, statt Billigvergabe. Ich glaube, das kann man so nicht regeln. Deswegen ist meine Antwort eher Ja und Nein, weil ich erstmal dir absolut zustimme, man muss ja die unterschiedlichen Tätigkeiten klassifizieren in irgendeiner Form. Das haben verschiedene Institutionen ja schon getan. Also ich denke jetzt gerade so ganz spontan an die DIN 77 200, die ja auch schon unterschiedliche Klassifizierungen der Tätigkeitsbereiche kennt und hier auch unterschiedliche Anforderungen an die Qualifikation des Personals stellt. Also da geht das schon in diese Richtung. Das ist eben auch nichts Neues. Und auch in dem Gesetzentwurf, das hatten wir, glaube ich, eben noch gar nicht angesprochen, weil der BDSW ja wirklich so mutig war und dieses Sicherheitsgewerbe-Gesetz oder Sie haben es selber damals Sicherheitsdienstleistungsgesetz genannt, entworfen hat, was sehr mutig ist. Vielleicht auch gar nicht unbedingt schlau, aber es gab auf jeden Fall so einen Entwurf. Und auch da konnte man ja so einiges finden in Bezug auf diese Tätigkeitsfelder. Gerade so diese brisanten Tätigkeitsfelder bis hin zu Schutz kritischer Infrastrukturen durch private Sicherheitskräfte und so. Und natürlich, da muss man klassifizieren. Also einmal muss man klassifizieren in Bezug auf Anforderungen, Qualifikationen, Schulungen und so weiter. Also in Bezug auf den Menschen, der den Job macht und den Unternehmer, der diesen Menschen beschäftigt. Und man muss natürlich auch klassifizieren in Bezug auf die Vergabe. Ich meine, wir haben in der Vergabeverordnung haben wir diesen Paragraf 60. Ich glaube, der heißt ungewöhnlich niedrige Angebote oder so ähnlich. Und ja, aber auch das bedarf eigentlich einer klareren Definition, weil dort auch wieder der Spielraum, also der Messenspielraum so riesig ist, dass viele Ausschreibungen, und ich habe ja regelmäßig Ausschreibungen vor Augen, eben extra so gestaltet sind, dass man im Grunde genommen ja absichtlich auch bei der Preisfindung als Auftraggeber, als Auftraggeber der öffentlichen Hand, muss man sagen, dann im Grunde genommen gar nicht möchte, also man möchte die offene Kalkulation gar nicht sehen, so will ich es mal sagen. Also man will ja gar nicht nachvollziehen können, wie hat denn dieser Unternehmer überhaupt gerechnet. Wir wollen im Grunde genommen nur eine Pauschale für die nächsten drei Jahre. Das ist ja auch prima, weil wenn dann mal was richtig Schlimmes passiert, und das wird auch weiterhin passieren, was richtig Schlimmes, auch in Bezug auf Sicherheitsdienstleistungen, dann kann man sich von der Verantwortung freimachen, indem man sagt, der Unternehmer hat alles unterschrieben, die haben Tarifbindung unterschrieben, die haben auch unterschrieben, dass sie sich an alle vertraglichen Regeln halten. Also mussten wir davon ausgehen, die tun das. Wenn man dann aber genauer nachrechnet und sagt, Moment, es gab einen Lohn, einen allgemeinverbindlichen Lohn, und der Preis, wenn man den runterrechnet vom Pauschalpreis auf den Stundenpreis, ist nicht mal lohnkostendeckend, da muss man sich doch tatsächlich fragen, wo ist die Verantwortung der Auftraggeber. Und ich würde mir schon wünschen, dass man in irgendeiner Form im Vergaberecht auch ein bisschen mehr seine Hausaufgaben macht als Staat und sagt, das müssen wir noch ein bisschen genauer regeln. Weil, also gerade bei der Vergabe von Aufträgen, die wirklich sicherheitsrelevant sind und insofern ja auch Risiken für die Bevölkerung, also für den Bürger ganz allgemein, wo man die eben auch mit hat. Also wenn man dann bei großen Veranstaltungen oder eben bei Schutz bestimmter Objekte, dass man da wirklich weiß, naja, wenn da Sicherheitskräfte eingesetzt werden, wenn da Dumpinganbieter, sogenannte schwarze Schafe zum Zug kommen, dann ist es ein Risiko im Grunde genommen für alle. Wie ist es denn mit dem Thema, da kenne ich mich jetzt eigentlich gar nicht gut aus, Sanktionen? Wüsste das nicht auch an der Stelle ein bisschen Augen angezogen werden für die Firmen? Ja, Gewerbeuntersagung so gut wie gar nicht. Also ich habe selber noch keine einzige erlebt oder von anderen gehört und wenn man dann aus anderen Gründen vielleicht sein Geschäft nicht mehr fortführen kann, weil man ja gegen irgendwelche steuerrechtlichen Regularien da verstoßen hat, dann wird auf einmal einfach die Ehefrau als Geschäftsführerin eingetragen und so. Also das kennt man alles, das ist alles ganz, ganz schwierig, aber ich finde auch, da müssen die Institutionen einfach, ja, eigentlich viel, also ganz anders vorgehen, ganz klar. Denk wollen wir ganz kurz, Flore, da kann ich ganz kurz noch was sagen, weil gerade mit der Ehefrau oder so, es ist ja auch wirklich so und das ist nicht nur ein Berliner Spezialfall, dass diese Branche scheinbar immer noch sehr anziehend ist für Leute, die eigentlich in erster Linie nur einen billigen Weg suchen, um Geld zu verdienen. Da geht es nicht um Sicherheit, da geht es nicht darum, irgendwie ein Unternehmen zu gründen, dass man dauerhaft in der Branche positionieren will und wo man diese Qualität anbieten will oder wo man eine Mitarbeiterbindung, sicherlich machen das einige, aber ich glaube, sehr, sehr viele Firmen werden von Leuten gegründet, die da einfach nur eine Möglichkeit sehen, möglichst schnell Geld zu verdienen und dann vielleicht noch so ein paar Steuertricks dabei und so weiter, ja, und dagegen muss man auch vorgehen. Und da haben wir natürlich wieder den Staat, ne, da haben wir den Staat, genau, der Staat ist ein wichtiger Akteur, ja, ja, das ist ganz wichtig, ja. Und da wird, gut, da sind wir auch wieder beim Thema Personal, wird gespart. Vorhin nochmal, muss ich um den Weg loswerden, Gewerbeaußendienste wird ja gar nicht mehr ausgebildet in Berlin. Kai, du hast, glaube ich, sagen, Kai, du hast, glaube ich, so ein Kasus, Knaxus gerade eben erwähnt, über den ich vielleicht auch nochmal gerne sprechen wollen würde. Was wir ja momentan haben, ist ja ein, aus meiner Sicht, ein Auseinanderdriffen von Grundrechten, Berufsfreiheit, von, naja, wir bewegen uns gerade mit den aktuellen Gegebenheiten im Gewerberecht und wir haben einen Bereich, wo wir als Branche unterwegs sind, der das alles nicht miteinander bringt. Wir haben, mir vor, vor ein paar Jahren, zwei Jahren, muss das gewesen sein, ging es tatsächlich auch darum, irgendwie einem Unternehmer in Bayern das Gewerbe zu entziehen, die Gewerbeerlaubnis zu entziehen. Und der hat tatsächlich dagegen geklagt und hat vom Verwaltungsgericht Recht bekommen, einfach auch, ich kriege das nicht mehr ganz hin, aber ich glaube auch genau mit dieser Dreifaltigkeitsbegründung, nämlich zu sagen, naja, es ist ein Gewerbe, ein privatwirtschaftliches Gewerbe, wo wir unterwegs sind, wenn wir das entziehen, dann bewegen wir uns in einem sehr, sehr starken Grundrechtseingriff und diese Entziehung des Grundrechtseingriffs wird eigentlich begründet mit einer Auswirkung, die wir vielleicht in dieser Form gar nicht in diesen Regularien drin haben, die eben in diesem Gewerbebereich unterwegs sind. Ich habe auch gar keine Idee, wie wir das hinbekommen, weil der Titel oder zumindestens der Arbeitstitel Sicherheitsgewerbegesetz bleibt ja in diesem Bereich, dass wir eigentlich unternehmerisch handeln mit vielleicht einer Gewinnmaximierungsabsicht und eben kein öffentlicher Träger werden, die dann in irgendeiner Art und Weise für das Gemeinwohl oder gemeinwohlorientiert unterwegs sind. Kriegen wir das hin, dieses Auseinanderdriften zusammenzufassen oder müssen wir sagen, dass wir vielleicht auch mit den neuen Regularien stärker schauen müssen, die Grenze zwischen öffentlichen Aufgaben, hoheitlichen Aufgaben zu ziehen und dem Rest, was irgendwie ja dann als Luxusgut Sicherheit, nämlich über dem Standard der öffentlichen staatlichen Sicherheit verkauft werden kann? Ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube weiterhin daran, dass es eigentlich nur ein Paket an Maßnahmen und vor allen Dingen ein Paket an Maßnahmen sein kann, was alle Akteure einschließt, also alle Akteure der privaten Sicherheit in irgendeiner Form und natürlich Hauptakteur ist der Staat, also der Staat, der quasi den Rahmen vorgibt und der sich seiner Verantwortung meiner Meinung nach auch nicht entziehen kann und wenn der Rahmen erstmal da ist, wäre zumindest von mir die Hoffnung da, dass man sagen kann, okay, irgendwann muss man auch überprüfen und ich glaube, wir werden auch weiterhin eben Ereignisse bekommen, die den Staat dazu motivieren werden und sei es nur eine politische Motivation, wo man dann sagt, okay, jetzt müssen wir aufgrund dieses Skandals oder dieses Ereignisses, seien es Flüchtlinge, die misshandelt wurden, gefoltert wurden oder seien es irgendwelche islamistischen Extremisten, die in Fußballstadien arbeiten oder seien es irgendwelche, ich sag mal, vorbestraften Neonazis, die Sicherheitsfirmen betreiben und dann ein Konzentrationslager bewachen und wir haben ja, es gibt bei uns gar nichts, was es nicht gibt, das muss man einfach erstmal so sagen und ich glaube, der Staat ist in erster Linie in dieser Verantwortung, die Spielregeln zu definieren und seine Hausaufgaben auf die Überwachung zu machen, auf jeden Fall. Dann haben wir aber natürlich den Markt und der Markt, der wird, und das ist ja auch was Gutes, der wird relativ frei bleiben und das hat mit Grundrechten zu tun, da kann man nicht einfach mal irgendwas regeln und sagen, so jetzt muss dieser Mindestpreis muss jetzt jeder von jedem Auftraggeber bezahlt werden, das ist unrealistisch. Trotzdem muss man irgendwo die Auftraggeber mit ihrer Verantwortung natürlich an ihrer Verantwortung bemessen und sagen, okay, so ein Auftraggeber, genauso wie er heute im Datenschutzrecht verantwortlich ist, der Unternehmer, also meistens die Geschäftsführung einer GmbH zum Beispiel oder auch in Behörden eben die die Leitung der Behörde, also die sind verantwortlich, die kommen aus ihrer Verantwortung nicht raus. Ich würde mir quasi für den Betriebsschutz was ähnliches wünschen, dass wir, wir haben im Datenschutz diese Verantwortung, wir haben im Arbeitsschutz, also in der Arbeitssicherheit ja auch diese Verantwortung. Da kommt der Unternehmer oder die Behörde aus dieser Verantwortung gar nicht heraus und das geht ja bis hin zu Haftungsrisiken auch und da trifft man dann automatisch natürlich andere Entscheidungen. Im Betriebsschutz, ich nenne das jetzt einfach mal Betriebsschutz, das ist nicht das ganz das richtige Wort, aber gilt das leider gar nicht. Da ist dann alles frei, da kann man dann einfach einen Einkauf dazwischen schalten, der sagt, okay, ja, wir haben jetzt mal hier 100% Preis als Zuschlagskriterium und dann wissen wir, wohin die Reise geht und dann wird eben im schlimmsten Fall der Betrug mit eingekauft, dann werden eben Sicherheitskräfte mit eingekauft, die nicht geeignet sind, die nicht qualifiziert sind, weil der Unternehmer, ich habe das schon mal an anderer Stelle erwähnt, aber der Unternehmer wird dafür sorgen, dass er trotzdem Geld verdient. Sogar die Dumping-Anbieter verdienen ja Geld. Das muss man den Auftraggebern ja auch klar machen. Und dann kann man nur hoffen, dass dort natürlich auch Dinge passieren und Auftraggeber sich dann sagen, okay, es gibt ja schon ein gewisses Risiko, hier sich für Anbieter zu entscheiden, die eben nur über den Preis anbieten. Keine gute Idee. Oder zumindest sich offene Kalkulationen machen zu lassen. Und da ist es aber noch nicht vorbei. Es geht dann über die Unternehmer. Auch die Unternehmer müssen ja dazulernen und da kann man nur hoffen, dass das Niveau der Unternehmer in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eben ein höheres wird. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass junge Leute tatsächlich als Fachkräfte für Schutz und Sicherheit in diese Branche kommen und sich dann doch irgendwann selbstständig machen und ihren Weg da gehen und einfach ein anderes Qualitätsbewusstsein haben und verstehen, dass eigentlich das Motto sein muss in dieser Branche, besser und teurer zu werden. Und sich auch genau so gegenüber den Auftraggebern zu verkaufen. Und das wird natürlich immer nur ein Bruchteil des Marktes sein. Vielleicht wird dieses Besser und Teurer immer nur für ein Drittel des Marktes gelten und zwei Drittel des Marktes wird weiterhin im Preiskampf, Verdrängungswettbewerb und so weiter sich befinden. Aber damit steigt das Gesamtniveau und damit geht es in die richtige Richtung. Und das ist schon meine Hoffnung. Das lässt sich nicht regulieren. Das lässt sich auch nicht durch ein Sicherheitsgewerbegesetz regulieren. Das ist mehr so ein Prozess in dem Gewerbe, wo man dann hoffen kann, dass das passiert. Und es gibt ja auch Unternehmer, die genau, ja das ist ja keine Nische mehr, aber die genau in diesem Bereich ihre Kunden gefunden haben und die Kunden haben, also die Kunden nicht über den Preis haben, sondern die Kunden über Qualität haben und diese Kunden auch halten. Und wo eben auch das Niveau in dem Unternehmen ein anderes Niveau ist, als wie bei den sogenannten schwarzen Schafen. Es darf sich eben auch nicht lohnen, ein schwarzes Schaf zu sein. Das hatten wir ja gerade eben das Thema. Dafür muss man sorgen und dafür, naja, der Markt wird nie zu 100 Prozent dafür sorgen. Dafür ist es ein zufreier Markt und das ist auch gut so. Ja und am Ende kommt der Mensch, der im Mittelpunkt steht, nämlich die, die ja meistens in die Schlagzeilen geraten, also die letzten in der Nahrungskette, diese 270.000 private Sicherheitskräfte, die da draußen sind und mehr oder weniger diese Tätigkeiten eben, diesen Tätigkeiten versuchen gerecht zu werden und oftmals dafür nicht vorbereitet werden, nicht qualifiziert werden, manchmal nicht mal eingewiesen werden oder ausgewählt werden, sondern einfach, denen wird eine Dienstleistung angezogen und dann machen die irgendwas. Manchmal wissen die selber gar nicht, was die da machen und das ist natürlich, also in dem Bereich sind wir dann wieder bei dem, bei der Hoffnung, dass der Staat eben eine Mindestqualifikation regelt, mit Schulungspflicht, mit Sachkundeprüfungspflicht und für bestimmte Tätigkeitsbereichen auch mit Berufsprüfungspflicht. Und mit mir auch bei dem Thema eigentlich, wer bildet die Unternehmer aus? Da wollte ich gleich drauf, da wollte ich gleich drauf rauskommen, ich muss leider auch, wenn das mir so unglaublich schmerzt, ich muss trotzdem nochmal den FDPler raushängen, zu dem, was Kai gerade eben gesagt hat. Ich glaube, was so meine Kritik jetzt gar nicht in deine Richtung, sondern auch vor allem in Richtung das BDSW-Eckpunktepapier war diese Versteifung auf diese Diskussion billigster Preis. Einfach mal aus der Erfahrung heraus, wir haben damals bei Zalando, kurz bevor wir gegangen sind, genau diese Diskussion mit unserem Einkauf auch gehabt und was wir gemacht haben an dieser Stelle ist, haben wir gesagt, wir führen diese Diskussion gar nicht innerhalb des Unternehmens. Dann schreibt rein, dass es der billigste Preis sein soll. Ich schreibe aber rein, die fachlichen Voraussetzungen für das Unternehmen, DIN 77200 Zertifizierung, ISO 9001, Vorlage eines Sicherheitskonzeptes, bla bla blub. Wo du dann nachher ein Standard setzen kannst, auch als Unternehmer oder als Auftraggeber ein Standard setzen kannst, wo der Preis am Ende des Tages keine Rolle mehr spielt, weil er eine gewisse Schwelle nicht unterschreiten kann, beziehungsweise du kannst dann doch deutlich stärker in den Fokus hineingehen und nachfragen und hast auch mal Argumente an der Hand zu fragen, warum ist das denn dieser Preis unter den deiner Mitbewerber beziehungsweise ist der so äußerst günstig. Einfach auch da, weil wir haben ja sehr viele, sehr große Unternehmen, die mit Quersubventionierung ganz einfach ihre Preisgestaltung auch machen können, indem sie sagen, wir bieten marktunüblich an, weil wir einfach diesen Auftrag haben wollen, weil er in unser Portfolio gut reinpasst, Marketing etc. und finanzieren den quer mit anderen Themen. Ganz kurz bevor wir zu dem Thema, weil das ist, glaube ich, eine sehr, 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 sehr wichtige Frage. Wer bildet eigentlich die aus, die nachher diese Schulungsmaßnahmen erhalten sollen? Würde ich mal ganz kurz nochmal in der Runde abfragen, weil das zumindestens auch ein, glaube ich, wichtiger Punkt des BDSW ist, interne und externe Sicherheitsdienstleistungen. Seid ihr dafür, interne Dienstleistungen, die unternehmenseigenen Werkschutz beispielsweise in dieses Thema mit aufzunehmen? Oder sagt ihr, das ist wirklich das, worüber wir heute im Kern ja auch reden, mit der Bewachung Dritter? Und diese Frage beantworten die Experten Kaidi Leomini und Dr. Florian Flörsheimer nächste Woche im zweiten Teil. Was du jetzt aber schon mal machen kannst, du kannst mir doch mal deine Meinung zu dieser Frage in die Kommentare schreiben und gib uns doch und den Experten ein kleines Feedback zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt einmal ganz schnell die Glocke drücken zum Abonnieren und dem Video ein Like geben und nächste Woche die zweite Folge nicht verpassen.